Hallo und Willkommen zu Adventskalender. Heute der Flamm. Ich spiele es nicht oft, aber anscheinend bin ich der, der rennt und ich muss von denen wegrennen. Geht schon mal gut. Ich bin vorne, also ist es tatsächlich ein bisschen spannend. Okay, ich bin definitiv nicht mehr vorne. Ja, jetzt sehe ich die sowieso nicht mehr. Ja, toll. Danke, Lex. Egal, ich kann ja noch gegen die anderen spielen. Bestimmt. Aber die anderen sterben bestimmt einfach an den Hindernissen, ohne dass da Leute sind. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Was ich hier nicht denke, aber hey, das wird doch sicherlich toll. Na gut, da hinten ist schon das Ziel, glaube ich. Ja, ich werde erster Platz. Nice. Ich definitiv nicht. Huch, ich bin sogar ins Wasser gefallen. Danke, Spieler. Wahrscheinlich. Jo. Ich habe es auch geschafft. Siehste? Ich bin sechster Platz. Mindestens in den Top Ten von sechs Spielern bin ich der. Oh, ich bin der, der tötet. Oh, das ist nice. Okay, jetzt muss ich einfach nur draufklicken. Huh. Ist er schon drüber? Hallo? Oh nein. Mann, bin ich böse. Haha. Zack. Das ist doch nett. Nett, nicht wahr? Wurde sogar schon aktiviert. Mist. Ah. Ich bin aber nicht mal bei den aktuellen, bei den krassen. Nice. Ich kann aber den Typen aufhalten, dass er schön oft steht. Der hat sich einfach rübergeboostet. Sag mal. Wie ist der jetzt? Stirbst du? Jetzt ist das ganze Wasser. Alles andere. Er fühlt sich auch nur gemobbt. Hallo. Ich bin da, um dich zu töten. Sag mal. Willst du mich verarschen? Oh, was? Okay. Kommen die auch mal hier lang? Ich glaube, die kriegen das nicht hin, oder? Das ist natürlich... Hier, bitte. Ich habe noch mehr Fallen. Spawn Wall. Haha. Meine Falle. Ich bin echt schlecht. Air Snake? Oh. What? Oh, der ist krass. Flood. Wird gerade benutzt. Instant Oven. Oh, 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 oh. Ich weiß, was das macht. Jetzt kann ich die wieder benutzen. Lustig. Das tötet die ja gar nicht. Ich kann ja die anderen abhalten, um zu gewinnen. Aber hey. Jo. Und ich will sagen, was ist das mit dem... Mit der... 19. Ja. Folge von Adventskalender. Morgen, der 20. Da kommt tatsächlich mal nicht Minecraft. Das ist, ähm... Das wird lustig. Es wird ganz viel anderes kommen. Vier Tage lang. Und der 24. Lasst euch überraschen. Das wird toll. Ja, dann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und... Tschüss. dos. Das ist... Das ist... Untertitelung des ZDF, 2020